Kann man einen selbstgebauten Solar-Akku auch selber ganz alleine beim Netzbetreiber erfolgreich anmelden und genehmigen lassen? Ja, nach dem Intro zeige ich euch, wie ich es gemacht habe. Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingos Tipps zu einem neuen Video. Wie eben schon gesagt, die Anmeldung des Speichersystems beim Netzbetreiber. Aber freut mich, dass ihr da seid und für alle diejenigen, die zum ersten Mal auf diesem Kanal sind. Ich habe dieses Akkusystem komplett selber gebaut. Das ist ein Dreiteilleer. Ich verlinke es euch oben im Eck. Da könnt ihr sehen, hier war alles leer. Es gab nur die bestehende Solaranlage. Macht ja auch Sinn, sonst braucht man keinen Speicher. Und alles andere bis hin zum Anschluss und das ESS-System. Alles das ist komplett erklärt in diesen drei Videos. Wenn ihr das Video und den Kanal gut findet, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Gerne dürft ihr auch abonnieren. Das hilft mir auf YouTube hier weiterzukommen. Und wenn ihr die Glocke drückt, dann werdet ihr automatisch informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ja, machen wir uns nichts vor. Die einhellige Meinung über so einen Akkubau und die Anmeldung ist doch, das geht nicht. Das kriegst du niemals hin. Und ich blende euch mal ein paar Kommentare ein. Die sind mehr oder weniger bestimmend oder mehr als Bedenken geäußert. Und denn, ja, man darf sowas nicht auf Holz bauen. Das darf nicht davor stehen. Das darf überhaupt nicht in dem gleichen Raum sein. Dadurch, dass ich sie selber aus China geholt habe, bin ich ja auch Hersteller. Da kann ich ja keine Herstellerdokumente beibringen. Aber am krassesten war ja der, der sagt, da kann man ja gar nicht mehr dran arbeiten. Kein Mensch kann mehr vernünftig arbeiten. Natürlich kann man hier ganz normal dran arbeiten. Wen soll das auch stören? 19 Jahre lang stand hier kein Mensch davor. Dann kam die Solaranlage und erst ganz zum Schluss der allerletzte Elektriker, der mir den Multiplus angebaut hat. Der hatte damit zu kämpfen, dass er nicht ran kann. Er hat nicht ein Wort darüber verloren. Ah ja, hier unter, wie gesagt, darf nichts stehen. Hier stand immer was. Ich lasse den Raum doch nicht leer. Den würde ich doch niemals ungenutzt lassen. Hier stand ein Farbeimer untergestapelt. Und egal, die Meinung ist, es geht halt nicht. Mir sagte mal jemand, auf einem Fußballfeld sind unten 22 Spieler und 50.000 Trainer sitzen in den Rängen. Naja, das war eine Handvoll Kommentare. So viele Trainer hatte ich dann, Gottlob, doch nicht. Auf jeden Fall habe ich bisher in meinem ganzen Leben meine Erfahrungen immer selber gemacht. Ich habe nie darauf gehört, was andere gesagt haben oder was andere mir prophezeit haben. Sondern ich habe es immer selber gemacht und habe meine eigenen Erfahrungen gemacht. Zum Glück, weil es hat ja geklappt. Spoiler. Ja, also man muss gegen diese ganzen Meinungen ankämpfen, dass es ja nicht gehen würde. Und dann gibt es aber auch noch so ein paar Dokumente und Texte und Vorschriften. Gerade VDE. Wenn man sich die anguckt, dann verliert man auch die Lust. Ich zeige euch mal eben von meinem Netzbetreiber die Geschichte am Rechner. Netzanschluss, Richtlinien, Niederspannung, Mittelspannung, Stromspeicher am Niederspannungsnetz. Erläuterung, Datenblatt, Anschluss. Schauen wir uns das PDF mal an. So, hier ist es. Es ist ein VDE-Dokument, Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz. Und ihr seht hier schon am Scrollrad, wie viel dahinter steckt. Und da brauche ich eigentlich nur das Inhaltsverzeichnis zu lesen. Dann muss ich gestehen, da habe ich schon keinen Bock mehr. Ja, also, wenn das nicht abschreckend ist, kommt hier mal irgendwas. Wahnsinn. Also, ihr könnt euch das hier mal angucken. Anschluss, Konzepte. Also, oh, ja, ja, ja. Also, wenn ich das lese, dann raucht mir die Birne als Nicht-Elektriker. Und ich muss gestehen, und das ist ja nur dieses eine Formular. Also, es hört überhaupt nicht auf. Guckt euch das an. Wahnsinn. Also, ja, abschreckend hoch 3. Ja, auf jeden Fall macht das alles irgendwie nicht so richtig Mut. Ich selber muss gestehen, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten, was die Anmeldung angeht. Zumindest, was den Detailreichtum angeht. Selbstverständlich muss so ein Gerät Vorschriften erfüllen. Ich habe ein YouTube-Video gesehen, da hat jemand einen ganz normalen Spannungswanderer, 12 Volt, 220 Volt. Da seht ihr ihn. Angebaut, hat eine Batterie angeschlossen und hat die 220 Volt Seite einfach in die Steckdose gesteckt, wie so ein Balkonkraftwerk. Ja, das geht natürlich gar nicht so was. Da ist keine Netztrennung, da könnte draußen ein Techniker einen Schlag kriegen, obwohl er denkt, er hat den ganzen Straßenstrom abgeschaltet. Da möchte ich natürlich auch nicht in der Haut von dem stecken, der das Ding angestöpselt hat. Selbstverständlich möchte der Netzbetreiber wissen, ob es viele Wallboxen gibt in der Gegend, ob es viele Batteriespeichere gibt. Das kann ich so weit schon alles nachvollziehen. Aber wenn es dann genau um die Leistung geht und um die Größe, bei meinem Auto kräht da doch auch kein Hahn nach. Die wissen, ich habe eine Wallbox, aber keiner interessiert sich dafür. Früher habe ich ein Auto mit einem 30 Kilowattstunden Akku oder habe ich ein Auto mit einem 100 Kilowattstunden Akku. Lade ich diesen Akku einmal am Tag, weil ich viel fahre oder lade ich ihn einmal im Monat, weil ich so gut wie gar nicht fahre. Oder so eine Powerbank hier, wie meine EcoFlow, die hat 1,8 kW. Wenn ich die 10 Mal nacheinander lade, habe ich auch 18 kW geladen. Da fragt auch keiner nach. Kann ich auch einfach mit meiner Steckdose machen. Ja, aber es mag auch daran liegen, dass ich wie gesagt Laie bin. Aber ich kann verstehen, dass sie schon wissen wollen, was ist angeschlossen. Und deswegen kommen wir jetzt zu dem ersten Punkt. Man muss denen natürlich überhaupt erst mal mitteilen, dass man so etwas plant und muss sich die Erlaubnis holen, so etwas zu tun. Und dieser allererste Schritt, diese allererste Kontaktaufnahme mit dem Netzbetreiber. Und da mögen, es gibt zigtausend hier in Deutschland, die mögen natürlich alle unterschiedlich sein in ihrer Handhabung, offline, online. Meiner hat es online gemacht und ich musste alles online eingeben und habe direkt nach dem Abschicken eine Zusammenfassung erhalten als ZIP-Datei. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal am Rechner. So, das ist jetzt die Bestätigung, die dabei rausgekommen ist. Seite 1, Antragstellung. Hier einmal Anschlussnehmer, Eigentümer, Anlagenbetreiber und Anlagenerrichter. Da habe ich halt jedes Mal mich eingegeben, weil ich bin es ja auch. Lageplan musste ich beifügen. Datenblatt, Erzeugungsanlage habe ich nicht beigefügt. Einheitenzertifikat. Das ist von dem Victron, das ist auch beigefügt worden. Zertifikat für den NA-Schutz, hatte ich eigentlich auch beigefügt. Übersichtsschaltplan habe ich noch nicht beigefügt an dieser Stelle. So, als geplanter Instandsetzungstermin hatte ich einfach einen Termin in der Zukunft gewählt. Er ist natürlich wesentlich eher fertig geworden, aber ich dachte mir, bis zur Erlaubnis wird es eh ein bisschen brauchen. Voraussichtliche Anschlusswirkleistung, da muss ich gestehen, das weiß ich nicht, das kenne ich nicht, das habe ich einfach offen gelassen. Erzeugungsmenge habe ich hier in etwa geschätzt, was das bringen könnte. Und auch die Eigenversorgungsmenge hatte ich auch geschätzt. Sind einfach fiktive Zahlen eingetragen. Auf Seite 2 haben wir dann das Datenblatt für den Speicher. Nochmal wieder hier Errichter und Anlagenanschrift. Beides mal ich selbst. Dann habe ich die EVE-Zellen dort eingetragen, dass es 16 Stück sind. Die sind AC gekoppelt. Entladeleistung 14,4. Nutzbare Speikerkapazität. Mangels weiteres Wissens darüber. Habe ich da die gleichen 14,4 eingetragen. Scheinleistung, das ist ja aus dem Dokument für den Victron ersichtlich, liegt es bei 4,6. Wirkleistung hatte ich noch 5 eingetragen, von der 5000 abgeleitet. Später habe ich natürlich auch festgestellt, dass der ja eigentlich auch nur 4 kann. Scheint aber alles auch dem keinen Abbruch zu tun. Ja, Übersichtsschaltplan. Dann unterschiedliche Primärenergie-Träger werden getrennt erfasst. Unterschiedliche Einspeisegütungen, das hat es alles selber ausgefüllt. Diese Fragen hatte ich ja gar nicht beantwortet. Energie des Speichersystems wird nicht vom Netz bezogen und als geförderte Energie eingebreitet. Das scheint für die ganz wichtig zu sein. Das hatte ich auch so angegeben. Und das ist hier die Zusammenfassung der Sachen, die ich eingetragen habe. Aber es ist also eine Stromerzeugungsanlage mit Speicher im Verbraucherpfad und der Verbraucheranlage. Das bedeutet, es wird kein Strom eingespeist, der bezogen wird. Und es wird auch kein gespeicherter Strom verkauft. Ein Enfluri-Energieflussrichtungssensor vorhanden. Ja, das ist ja der EM24. Auch hier wieder Beladung nur aus der EEG-Anlage. Das heißt, nur aus der Solaranlage. Und Entladung auch nur in das kundeneigene Netz. Nochmal wieder herausgestellt. So, ja, das war es auch schon mit Seite 3. Und hier zum Schluss nur noch mal wieder eine Erklärung, die ich dann auch unterschreiben musste. Und die muss ich dann mit wegschicken. All die Dokumente muss ich mit wegschicken, wenn ich die Fertigmeldung an den Netzbetreiber schicke. Ja, sehr kurze Zeit später kam dann auch die Antwort, dass ich das also alles machen kann. Dass ich anfangen kann. Und ja, war eigentlich soweit okay. Ich habe mich schon gefreut, dachte ich wäre mit durch. Dann stand da ja dieser kleine Nebensatz. Zum Anschalttermin muss mein Installateur dann die Formulare bereitstellen und den Anmeldeprozess übernehmen. Und dann natürlich auch anwesend sein, wenn das Ding in Betrieb genommen wird. Ja, Leute, einen Installateur findet man sicherlich nicht. Im Augenblick ist es ohnehin schwer, einen Installateur zu finden. Weil die Branche boomt gerade. Jeder will eine Solaranlage haben. Die haben überhaupt keine Zeit. Da sind ja exorbitant lange Wartezeiten vorgesehen. Aber noch schlimmer ist es, da kommt doch keiner und nimmt mir das ab, was ich selber gebaut habe. Der muss seine Unterschrift dafür geben. Der muss die Verantwortung dafür übernehmen. Der muss die ganze Arbeitsleistung erstellen. Das ist ja undenkbar, was die alles haben wollen. Und dafür findet man natürlich keinen. Deswegen war mein Weg ein anderer. Mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass das Hoheitsgebiet bei dem Inverter endet. So, dieser Inverter ist angeschlossen mit einem ganz normalen 3-adrigen Kabel. Erdleitung, Phase neutral und über eine Sicherung abgesichert. Das hier musste ausweichen. Ich hatte keinen Platz mehr. Und zusätzlich ist hier ein Energiezähler verbaut. Noch einer. Es muss natürlich das System wissen, was, wo, wie fließt das, in welche Richtung. Und das habe ich durch einen Elektriker machen lassen. Das war meine Idee. Das ist im Grunde genommen ein ganz einfacher Auftrag. So, als wenn ihr sagt, setzt mir eine Außensteckdose oder bau mir eine Wallbox an. Wobei die Wallbox dann schon wieder drei Phasen hätte. Dies war ja ein einphasiger Anschluss. Oder bau mir eine Lampe an. Also es ist eine normale Elektriker-Dienstleistung. Er hat mir einfach nur ein einziges Gerät angeschlossen und hat mir den Zähler dazwischen geschlossen. Die drei Leitungen Kappen, die drei Phasen, Zähler zwischen. Das war's. Und dafür hat er mir eine Errichterbescheinigung gegeben. Findet ihr alles, wie alle Dokumente und alles, was ich weggeschickt habe, findet ihr aufbereitet, kategorisch geordnet auf meiner Webseite unter dem Projekt www.ingostipps.de Da findet ihr das. So, und diese Errichterbescheinigung, die sagt ja dem Netzbetreiber, dieses Gerät und der Zähler ist ordnungsgemäß angeschlossen worden. Der Verantwortungsbereich endet mit dem Gerät. Das heißt, alles danach ist eigentlich nicht mehr deren Baustelle. Das ist meine Strategie. Ja, nachdem ich dann mit allem fertig war und alles angebaut hatte und in Betrieb genommen habe und es auch alles funktionierte, habe ich mich dann um die finale Geschichte gekümmert, nämlich diese sogenannte Fertigstellungsmeldung. Ihr erinnert euch, das, was ja eigentlich nur von dem Installateur gemacht werden darf. Dann habe ich ein Schreiben aufgesetzt. Dieses Schreiben findet ihr auch auf meiner Homepage und es ist so ein bisschen dumm-doof. Na ja, das ist blöd ausgedrückt, sagen wir mal, naiv unwissend geschrieben, ganz bewusst. Immer wenn ich nicht genau weiß, wovon ich rede, hülle ich das so ein bisschen in Unwissenheit und da habe ich auch nochmal herausgestellt, dass es ja eigentlich nur bis zu diesem Gerät geht. Habt ihr auch nochmal alles erklärt. Also ihr könnt euch das Schreiben ja gerne angucken. Und die ganzen Dokumente habe ich dann auch mitgeschickt. Alle die, die dann nochmal dazugehören, findet ihr kategorisch darunter auch geordnet. Dann passierte erstmal vier Wochen gar nichts und dann habe ich angerufen. Dann habe ich erfahren, das ist bei der Bezirksmeisterei hier bei uns am Ort schon angekommen. Und als ich die angerufen habe, sagte man mir nur, ja, ist da, aber mehr konnte ich auch nicht erfahren. Dann sind weitere vier Wochen ins Land gegangen und dann dachte ich, jetzt sind acht Wochen um, telefonierst du nochmal hinterher. Hab an der Bezirksmeisterei keinen bekommen und bin dann noch wieder direkt bei dem Netzbetreiber gelandet. Und dort hat man mich an eine sehr kompetente und auch sehr nette Dame weitergeleitet. Und mit der hatte ich dann ein ganz, ganz tolles Telefongespräch. Erstmal offerierte sie mir, dass sie unwahrscheinlich viel zu tun haben. Das deutete ich ja schon mal an, dass aber deren Personal nicht aufgestockt worden ist. Das heißt also, dieselben Leute, die das früher bewerkstelligen mussten, die müssen jetzt diesen Riesenran bewerkstelligen. Also könnte ich da wohl auch noch eine ganze Zeit drauf warten. Aber sie war dann so nett und hat sich dann meinen Fall mal vorgenommen und hat sich das angeguckt. Und das stelle ich euch mal eben nach. Ja, ich habe hier ihren Vorgang gefunden und ich sehe auch alles. Schaltplan, die Zertifikate, ist alles soweit Augen auf den ersten Blick erstmal okay. Aber jetzt fällt mir auf, da fehlt das Formular E.8. Ja, ich gehe da mal eben zwischen. Dieses Formular müssen wir uns mal eben gemeinsam angucken. Das ist das Inbetriebssetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen und oder Speicher. Und das ist auch schon wieder so ein, ich habe da keinen Bock mehr drauf Dokument. Also wenn ich das schon wieder sehe, da raucht mir schon wieder der Kopf. Und hier unten Unterschrift Anlagenbetreiber, Unterschrift Anlagenerrichter. Ja, also dieses Formular lässt schon wieder nichts Gutes verheißen. Ja, das ist überhaupt kein Problem, wenn ich das jetzt weiß. Dann google ich nach diesem Formular und dann fülle ich das aus und dann schicke ich Ihnen das zu. Nein, nein, nein. So einfach ist das gar nicht. Wir sind ja in Deutschland hier. Das kann nur Ihr Installateur machen, Ihr Anlagenbauer. Hui, dann haben wir ein Problem, weil das bin ich selbst. Ich habe keinen offiziellen Installateur. Ich mache das alles selber. Also bleibt nur, dass ich das dann ausfüllen müsste. Nein, das können Sie nicht ausfüllen. So ist das Ganze nicht vorgesehen. Das geht wirklich nur von dem Installateur. Den ich ja nicht habe. Aber was ich mich frage an dieser Stelle ist, es ist doch richtig, dass Ihr Verantwortungsbereich mit dem Inverter endet. Und dieser Inverter ist ordnungsgemäß angeschlossen. Das habe ich Ihnen durch die Richterbescheinigung von dem Installationsbetrieb nachgewiesen. Das heißt, das relevante Gerät für Sie ist korrekt angeschlossen worden und das Gerät ist zugelassen zu diesem Zweck. Und es arbeitet auch mit den Zellen zusammen, die ich in meinem Akku verbaut habe. Also ist ja eigentlich alles okay. Bis auf das Formular. Gut, wissen Sie, was wir machen? Ich kann da jetzt auch gar nicht so richtig viel zu sagen. Ich telefoniere mit meinem Vorgesetzten und ich rufe sie dann zurück. Ja, was glaubt ihr, wie das ausgegangen ist? Sie hat mich tatsächlich eine Stunde später zurückgerufen und hat mir gesagt, ich kann den Akku einschalten. Sie hat es in ihrem System eingetragen. Die haben den 18.11. genommen. Das ist genau das Datum, was auch auf der Errichterbescheinigung von meinem Elektriker steht. Und zu diesem Datum läuft jetzt bei denen im System mein Akku. Es wurde nichts weiter angefordert, es kam keiner her, es hat keiner geguckt. Er ist jetzt einfach offiziell im System. Und obwohl man mir zu meinem Netzbetreiber, gerade zu meinem anfangs offerierte, das soll ein richtig harter Hund sein, was solche Sachen angeht, ist die Praxis dann plötzlich ganz anders. Es ist doch ein flexibler, spontaner und auch der Energiewende wohl nicht abgeneigter Netzbetreiber, der es mir jetzt im Nachhinein gesehen wirklich sehr einfach gemacht hat. Ja Leute, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. In diesem Fall habe ich gewonnen. Ich muss gestehen, ich habe mich im Vorfeld auch schon auf eine schlechtere Antwort eingestellt und habe mir so ein paar Webseiten rausgesucht, die mir mal immer wieder auf dem Weg in diesen acht Wochen ins Auge gestochen sind. Ich zeige euch die auch nochmal eben am Rechner. Und zwar habe ich ein paar schlagkräftige Seiten gefunden. Hier zum Beispiel vom ADAC Elektroautos drohen wegen der Energiekrise Fahrverbote im Winter. Das sind natürlich auch alles immer wieder reißerische Horrormeldungen. Aber ja, da scheint was nicht zu stimmen. Spitzenglättung. Neuer Anlauf für die Zwangsregelung von Wallboxen. Neue Vorschläge zur Stabilisierung des Stromnetzes. Welt. Vor dem Blackout. Baden-Württemberger sollen Stromverbrauch reduzieren. Auch wieder Stabilisierung der Stromnetze. Elektroautos. Netzagentur plant Schnarchladen für Elektroautos. Bundesnetzagentur hat drastische Pläne fürs Stromnetz. Dem Stromnetz droht Überlastung. Und die für mich wichtigste Seite ist jetzt diese hier. Streit um Stecker für Balkonkraftwerke. Netzagenturchef spricht Tacheles. Und da ist dieser Twitter-Eintrag hier eigentlich das, worum es mir geht. Bei Balkon-Solarmodulen reicht nach Einschätzung ein einfacher Stecker, wenn zertifizierte Wechselrichter vorhanden sind. Weniger Bürokratie, dafür mehr Freude an der Energiewende. Das ist doch mal eine markante Aussage. Das ist doch mal eine echte Kehrtwende. Ihr erinnert euch, zertifizierte Wechselrichter. Der Victron ist ein zertifizierter Wechselrichter. Und weniger Bürokratie, mehr Freude. Auch diese Webseiten habe ich euch verlinkt, falls ihr in die Bredouille kommt, tatsächlich nochmal nachargumentieren zu müssen. Am prägnantesten fand ich dann zum Schluss ja diesen Tweet über diese Balkonkraftwerke, dass wir ein bisschen weniger Formalität haben wollen und das ein bisschen einfacher machen wollen. Ich kann nur sagen, Leute, geht es an, traut euch, macht eure eigenen Erfahrungen. Ich drücke euch die Daumen dafür. Und wenn ihr Fragen habt, fragt mich, geht auf die Webseite. Ihr findet alle Formulare zum Download. Ihr könnt die Nachrichten, ihr könnt euch das Anschreiben anschauen, ihr könnt euch die Argumentationshilfen holen. Ich kann auf jeden Fall jetzt hier ganz beruhigt weitermachen, kann die nächsten Ausbaustufen angehen, habe ja schon angedeutet, ihr werdet dann wieder dabei sein, wenn ich weitere Speicherblöcke dazu baue oder weitere Solarpanels, um diese ganze Anlage effektiver und größer zu bauen. Und ja, Leute, denkt dran, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abo, Glocke, das volle Programm. Und dann kann ich nur sagen, ich drücke euch die Daumen für euer Projekt. Bis zum nächsten Video. Euer Ingo. Bis zum nächsten Mal.